Ich schlage vor, Sie kommen mit. Nein. Ich kann Ihnen helfen. Nein. Nein, 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 ich werde Ihnen einen Ärger machen. Hören Sie auf! Nein, ich werde Ihnen... Lassen Sie das! Sie sollten mich immer dagegen. Lassen Sie das! Ben! Hier ist Officer Pizzi, ich habe hier ein 5150. Könnt ihr bitte Henna aus dem Bett klingeln? Ben! Ben! Was ist denn? Schick zur Fahrt den Krankenwagen zu Holly Steiner! Ben! Was ist hier los? Was tun die hier? Ich schlage vor, Sie kommen mit. Nein. Ich kann Ihnen helfen. Nein. Nein, 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 ich werde Ihnen einen Ärger machen. Hören Sie auf! Nein, ich werde Ihnen... Lassen Sie das! Sie sollten mich immer dagegen. Ben! Ben! Hier ist Officer Pizzi, ich habe hier ein 5150. Könnt ihr bitte Henna aus dem Bett klingeln? Ben! Ben! Was ist denn? Schick zur Fahrt den Krankenwagen zu Holly Steiner! Beide! Verdammt, was ist hier los? Was tun die hier? Ben! Ah! 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 Ah Sie steht in der Mythologie für die Wiedergeburt. In diesem Fall eine grausame Ironie. Und kommt er von ihr? Allerdings. Es deutet auf eine Genmutation hin oder sie hat vielleicht Hürzenten verspeist. Ich gebe Ihnen Ihre Krankenakte, wenn es hilft. Ja. Sie fing gerade an, richtig aufzuleben. Muss ich unbedingt dabei sein? Kannst du nicht einfach eine Klammer nehmen? Sicher könnte ich das. Aber ich hab dich nun mal gern um mich. Man soll sich für die Familie Zeit nehmen. Klar. Das hier ist ja auch genauso schön wie Baseball. Was ist das für ein Geruch? Hürzenten. Meine drittliebste Blumenart. Sie steht in der Mythologie für die Wiedergeburt. In diesem Fall eine grausame Ironie. Und kommt er von ihr? Allerdings. Es deutet auf eine Genmutation hin oder sie hat vielleicht Hürzenten verspeist.